In diesem Video zeigen wir, wie wir mit Excalidraw auf der digitalen Tafel ein vorgefertigtes Tafelbild laden und auch wieder speichern, also importieren und exportieren. Außerdem zeigen wir noch, wie Bilder in das Tafelbild integriert werden können und wie deren Reihenfolge, wie bei einem Kartenstapel, verändert werden kann. Und all dies machen wir mit Schülerinnen und Schülern gemeinsam in einer Live-Zusammenarbeit. Dazu gehen wir zu Kids.blog. Da sind wir ja auch schon. Wunderbar. Dann gehen wir weiter zu Tools. Und hier finden wir die bekannten Kids-Tools, darunter auch Excalidraw. Hier noch ein kleiner Hinweis. In dieser kleinen Box ganz unten finden wir einen Link und der zeigt uns verschiedene Aufgaben, die extra für Excalidraw hergestellt worden sind. Also Unterrichtsbeispiele. Da bitte gerne mal reinschauen. Wir gehen jetzt aber zu Excalidraw selbst. Wir kriegen hier nochmal den Hinweis, es ist für Flussdiagramme, kollaborative Ideen und Sketchnotes geeignet. Aber der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Es geht viel darüber hinaus. Schauen wir mal weiter. Hier auf unserer weißen, unendlich großen Arbeitsfläche haben wir oben links und in der Mitte eine kleine Symbolleiste. Und wir fangen jetzt mal an, ein Tafelbild zu besorgen. Dazu gehen wir auf den zweiten Button oben links, dieser hier. Der Öffnen-Knopf. Dazu wählen wir uns eine Datei aus. Und ich habe hier eine vorbereitet. Und schon ist sie da. Die ziehen wir uns mal ein bisschen zurecht. So. Wir sind im Englischunterricht in der zwölften Klasse Q1. Es geht um den Film Gran Torino und um die entscheidenden Charaktere, Figuren in diesem Film. Die Schülerinnen und Schüler bekommen gleich die Aufgabe, ein Charakter-Network herzustellen, beziehungsweise haben sie schon in einer Gruppenarbeit sich einen bestimmten Charakter ausgesucht, eine Figur oder eine Gruppe aus diesem Film, und sollen diesen gleich mit Informationen versorgen. Das heißt, sie sollen ihre Infos herausfinden und dann aufschreiben. Und das in einer gemeinsamen Zusammenarbeit. Ja, nur bisher ist kein Schüler da. Wir sprechen ja hier über kollaborative Werkzeuge. Und dazu müssen wir die Schülerinnen und Schüler hinzuholen. Der fünfte Button oben links mit den zwei Figuren drauf ist die Live-Zusammenarbeit. Und diese starten wir jetzt. Ich kann noch einen Namen vergeben für die Lehrkraft oder die Person, die das Ganze hier als Host, als Anbieter sozusagen koordiniert. Und das ist hier Mr. Q, der Name des Lehrers. Wir kopieren uns über den kleinen schwarzen Button hier den Link, die URL und schließen dieses Fenster erst einmal wieder. So, wie kriegen wir das denn jetzt an die Schüler verteilt? Wir können zwar hier Text draufschreiben, kein Problem, einfügen und da ist der Link. Aber noch hat ihn ja immer noch kein Schüler und das Abschreiben wäre sehr umständlich. Hier macht es natürlich Sinn, den Link gleich per E-Mail, per Schul-Server, iServe, Webweaver und was es nicht alles gibt, It's Learning zu versenden. Oder wir gehen zurück zu den Kids-Tools und zu QR-Storage und fügen hier den Link ein. Wir erstellen uns einen QR-Code und jetzt könnten wir schon die Schüler auffordern, bitte abfotografieren, dann seid ihr gleich da. Wir gehen aber noch einen Schritt weiter. Wir laden uns diese Datei herunter. Ist erledigt. Gehen zurück zu unserem Tafelbild. Den Link, den brauchen wir nicht mehr, den können wir löschen. Und jetzt brauchen wir diesen QR-Code, den wir uns runtergeladen haben. Dazu machen wir im Splitscreen den Dateimanager auf, die Dateien. Und hier sehen wir ihn auch schon. QR, das ist er. Den ziehen wir per Drag und Drop hier in das andere Fenster rein, bis ein grünes Plus zu sehen ist. Lassen los und schon haben wir unseren QR-Code. Der ist jetzt gerade versteckt. Hier ist er. Wunderbar. So, und jetzt können die Schülerinnen und Schüler anfangen. Und wir warten mal, bis der Erste oder die Erste hier kommt. Oh, jetzt sehen wir, hat sich der Erste Schüler, die Erste Schülerin schon gemeldet und bewegt sich jetzt hier fleißig im ganzen Gebiet. Die Schülerinnen und Schüler können auch auf dieses Live-Zusammenarbeit-Symbol klicken, diese beiden Figuren. Und dann auch einen eigenen Namen eintragen. Aha, BR heißt die Person, die hier gerade unterwegs ist. Okay, wir können sogar sehen, wie sich hier der Cursor bewegt auf dem Bildschirm. Und er bleibt bei Tim Kennedy stehen. Na, dann schauen wir mal, ob hier bei Tim Kennedy gleich gearbeitet wird. Und ob noch andere Schülerinnen und Schüler kommen. Ja, tatsächlich, hier ist noch eine zweite Figur erschienen. Und dann schauen wir mal, ob hier der BR noch aktiv ist. Da unten sieht es so aus, als würde der schlafen. Da steht so ein ZZZZ für schlafen dran. Aber ich bin sicher, die fangen gleich an zu arbeiten, die beiden. Jetzt können wir richtig sehen, wie der Schüler oder die Schülerin BR gerade schreibt. Es ist ja eine Live-Zusammenarbeit. Wunderbar. Wir machen mal ein bisschen schneller. Das müssen wir ja nicht die ganze Zeit begleiten. Da können wir ein bisschen vorspulen. Vielleicht meldet sich ja auch die andere Person da oben noch mit dem Fragezeichen. Wir spulen mal ein bisschen vor. Ja, wunderbar. BR und AT sind hier aktiv gewesen. Und nicht nur die, wie wir sehen, haben auch noch andere Schülerinnen und Schüler hier ihren Beitrag geleistet. Bei BR sehen wir den Cursor noch. Der schläft. Der andere ist bestimmt auch irgendwo. Hier AT fliegt noch ein bisschen durch die Gegend. Und jetzt können wir eigentlich die Live-Zusammenarbeit beenden. Dazu gehen wir wieder da, hier auf diesen Knopf mit den zwei Figuren und beenden das Ganze. Sodass jetzt nichts mehr geändert werden kann. Eine kleine Sache wollen wir auch noch zeigen. Und zwar, wie wir verschiedene Bilder oder Objekte übereinander legen und hier die Reihenfolge sortieren. Dazu brauchen wir noch ein weiteres Bild, um das gut zeigen zu können. Und Bilder kriegen wir zum Beispiel wieder hier. Bei den Kids Tools, bei PictoSearch. Wir haben ja gerade so ein Network, ein Netzwerk gebaut. Vielleicht passt dann ein Spinnennetz als Bild ganz gut dazu. Hier haben wir schon eins. Auch das laden wir uns herunter. Gehen zurück zu Excalibur und in den Splitscreen. Und können nun wieder per Drag und Drop uns dieses Bild hier hinzufügen. Bis wir ein grünes Plus sehen. Und haben hier ein Spinnennetz. Den Splitscreen können wir beenden. Und um das mit den Ebenen ganz klar zu machen. Jetzt sehen wir ja schon, diese Sachen liegen übereinander und sind schlecht zu lesen. Wir vergrößern mal ganz enorm, um das besser zeigen zu können. Das Spinnennetz ist ausgewählt. Auf der linken Seite, in unserem Werkzeugbereich, gibt es jetzt wieder verschiedene Möglichkeiten. Wir haben jetzt dieses Spinnennetz-Bild ausgewählt. Und dort gibt es zum einen Deckkraft. Damit können wir die Transparenz einstellen. Ich lasse das jetzt mal auf der 100%. Deckkraft. Und darunter gibt es Ebenen. Und dort gibt es vier Knöpfe, vier Buttons. Die müssen wir kurz erklären, was sie bedeuten. Dieses blaue kleine Kästchen bei den Buttons bedeutet, das ist das Objekt, was gerade behandelt werden soll, was ausgewählt ist. Schon mal als Information vorweg. Also heißt der erste Button ganz links, das Objekt soll in den Hintergrund, hinter alle anderen Objekte. Machen wir das mal. Und jetzt sehen wir, dass der QR-Code vor das Spinnennetz gewandert ist. Auch der Pfeil bei Walt in lila. Und auch der rote Pfeil bei Walt. Okay. Nun können wir das Ganze nochmal umdrehen. Und haben jetzt den dritten Button gedrückt. Jetzt sollte eigentlich das Spinnennetz ganz nach vorne kommen. Und das ist auch passiert. Es liegt über dem Text, über den Pfeilen, über dem QR-Code. Dann gibt es noch zwei weitere Button. Der zweite von links und der zweite von rechts. Und dieser bringt unser Objekt jeweils eine Ebene nach vorne. Und eine Ebene zurück. Ich habe sie jetzt wieder ganz nach vorne gebracht hier, die Spinnennetze. Und mit dem Button, jetzt wird es sehr deutlich, dem zweiten von links und dem ganz rechts, kann ich hier hin und her stellen. Eine Ebene vor, eine zurück. Letztendlich wollen wir natürlich, dass das Spinnennetz ganz hinten ist. Und deswegen genug der Spielerei. Wir schieben das Spinnennetz ganz nach hinten. Vergrößern es noch ein bisschen. Und die Deckkraft senken wir mal noch deutlich ab. Und dann ist es, glaube ich, ein ganz nettes Extra an dieser Stelle. Somit ist unser Tafelbild eigentlich fertig. Auch wenn wir jetzt hier nicht alles sehen können, das macht ja nichts. Die Schülerinnen und Schüler arbeiten ja selber auf ihrem Endgerät mit und können hier den Text besser lesen, als wir jetzt in der großen Ansicht. Das Wichtigste, was jetzt noch fehlt, ist natürlich, dieses Tafelbild zu exportieren, also abzuspeichern. Und dazu gehen wir nach ganz oben links wieder zu unserer Menüleiste. Dort gibt es zwei Symbole mit Pfeilen nach rechts. Das ist Symbol Nummer 3 mit dem Papier und dem Pfeil, dieses hier. Das bedeutet, dass wir das Excalibur-Dokument oder die Datei abspeichern. Also gehe ich hier auf Laden. Schon ist sie heruntergeladen worden. Und daneben gibt es noch eine weitere Möglichkeit. Und das ist das Ganze als Bild abzuspeichern. Dieses Bild kann natürlich nicht mehr verändert werden, sondern es kann nur so als Bild irgendwo anders abgespeichert oder eingefügt werden. Gran, Torino mit Datum, wunderbar, und Uhrzeit. Hier kann ich noch die Größe auswählen. Und mit PNG wird das Ganze dann als Bild gespeichert oder mit SVG als Scalable Vector Graphics, also als skalierbare Vektorgrafik. Auch das hier wird gespeichert. Und damit sind wir eigentlich am Ende. Was fehlt jetzt noch? Naja, die ganz vielen anderen Möglichkeiten, die es gibt mit Zeichnen und Schreiben und so weiter. Aber in diesem Video sollte es hauptsächlich um das Öffnen und Schließen, Speichern, Exportieren, Importieren gehen und noch um die Bilderebenen. Und das haben wir gezeigt. Insofern viel Spaß mit Excalibur und der digitalen Tafel.